Das ist eine dreigemisionale Acht. Ich kombiniere diese aufrechte Acht mit der waagrechten Acht vorwärts. Manche Patientinnen benutzen hierfür schon das Wort Schleife. Also da nicht zerrücken lassen. Wir möchten jetzt etwas dreigemisionales. Die Kombination, da brauche ich jetzt dann doch auch mal meine Füße zu. Ich komme von hinten nach vorn und zwar hier in so eine Boge. Nach vorn. Spannung halten. Ich mache trotzdem kein Entenbüro. Kein Boge ab. Aber ihr seht schon, was passiert mit Knie und Fuß. Ich brauche einmal meinen Fuß, damit ich dieses dreigemisional, dieses von oben, von hinten nach vorne, und hin kriege. Und dann... ... ... ... Vielen Dank.